So, und es geht weiter! Ja, ja, leck mich doch! Okay, und, haha, ja, das war dumm, das war dumm. So, das so kommt weg, und... Ne, ne, leck mich! Die treffe ich jetzt, und... Ey, ne, ich will die haben, ich will die haben! Ich will die haben! Naja... Ah, mein Ei! Oh, was ist denn wirklich... Oh, ein Schlüssel! Okay, noch mehr! Oh, ha, ha, ha! Du spielst wohl gerne mit deinen Bällen, ne? He, he, he! Ausgetrieben, australb! Oh, okay! Lesen, lesen! Husch, husch! Loco Yoshi fährt die Gleisentler! Du kükseln, um zu beschleunigen, und weichern den Gegnern aus! Okay, alles klar! Ha, episch! Ah, alles klar! Tchuk, 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 tchuk! Äh, nur normale Münzen! Schleunigen! Schleunigen, schleunigen, schleunigen! Boah, ich fühle schon diesen Rausch an und Speed! Ne, ich doch! Oh, Momentchen mal, Momentchen! Ne! Ich dachte, da wäre fast! Ne, nach oben! Oben, oben! Pern! Ah, ne, Sonne! Sonne, Sonne! Oben, oben! Und, ne, da gibt's nur normale Münzen! .... Tchuk, 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 tchuk... ooo... Tchuk, tchuk, tchuk... ui! Ähm. Wir devienshm ... Okay ... mit alles klar es ist es ist Verdammt. Moment. Das... Ähm... Was ist in der Tür drin? Ah! Ne Welt! Ne Welt! Ne Neue Welt! Äh... Watt? Watt? War das ein One-Up? Ja, ich glaub schon. 44 Leben. Nice. Nein! Nein! Ver... 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 Nee! Der macht nichts ... Ach... Bam! Äh, WTF! Ah! Schlechte, schlecht! Oh, halt das Maul! Bam, darfst Du? wo da kreger schlecht schiebt sich in der dort so m der irgendwo das war kacke okay die taste nicht so oft benutzen Prozent und es geht hier weiter Prozent Prozent Kutu Kutu der Mänen nur Blüte Nö ja ja mit dem Stoß Prozent Prozent noch Lohr noch Lohrhoffel es gibt jetzt einzigen die Fresse Schlecht, Schlecht. Äh, what the fuck. Secret, wer hätte das gedacht? Und ne rote Münze. Äh, wah. Wie kann ich da daneben treffen? Oh, One Up. Das macht den Tod von vorhin auch weg. Blume, Blume, One Up. Nochmal. Okay. Wow, 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 wow. Na, ich weiß, was da ist. Ja, Gegner. Hahaha. Ziel. Kack, Yoshi. Brainer Yoshi. Minispiel. Yowie. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Und ich hab natürlich fast alles außer zwei Münzen. Glückskarte, Decke, ne, kein Mal. Und, äh, äh, okay. Oh, das ist ne geile Karte. Die benutze ich, die benutze ich. Oh, okay. Das war ne 50-50-Chance, dass ich etwas Brauchbares bekommen konnte. Also, Glücksspiel. Glücksspiel für Kiddies, sag ich mal. Gut. Wir haben noch ungefähr sieben Minuten. Ja, sieben. Kommt. Höhenkopf. Höhenkopf. Oh, das ist ein toller Level. Nee, bäh. Tot. 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 Ah, fuck, fuck. Schlecht, schlecht, schlecht. Zwei Münzen. Rote Münzen. Rote Sonnenblumen. Sehr schlecht. Very bad. Very bad. That is very shit what I produced here. Ah. Okay. Oh, one up. Ach. Also, echt. Ich frage mich, wer hier schon mal komplett Game Over hatte. Äh, fuck, fuck. Aha. Uh. Bum, 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 bum. Ey, ey, was war das? Was war dort? Ja, das will ich natürlich haben. WTF, aber sowas von. WTF hoch zwei. Uh, uh, uh. Mh. Eier, Eier, geliebem Eier. Yoshi steht auf Eier. Er nimmt sie mit seinen Mund auf. Äh, bäh. Mh. Und hier ist natürlich eine Tür. Ja. Die Partikel-Effekte sind damals so berauschend gewesen. Ah. Ah. Blume. Und hier. Jo. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Ah, ne Tür. Brem, ne Blume. Und ne, da muss man wahrscheinlich noch irgendwie nach oben oder, wo? Oh, na. Ja. Ach, weißt du was? Leck mich. Und hier muss es auch ein Secret sein. Ja. Ne Tür. In einer Wolke. Punkt, 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 Punkt. Wow, wow, wow. Da, Sonnenblume und vier Münzen. Ey, das nicht. Drum ein Klicks. Treffer. Oh, Sternregen, 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 Sternregen. Das war toll. Och, mir fehlt eins. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Och. Und, ja, gut. So, nach oben. Gut, was gibt's hier? Äh, drei rote Münzen. Gut. Hört ein bisschen. Da, leck mich. Ja, ich will nach unten gucken. Äh, äh, äh. War ich hier schon? Ja. Äh. Der hat schon wieder aufgetaucht. Oh. Hm? Und schlucken. Bouch. Natürlich. Sterne, Sternchen. Und das geht mit dieser Tür weiter. Lupp. Ähm, ja. Brachte viel. Uh. Burgdesign. Äh. Oh. Leck mich. Du bist in der Luft. Äh. Tampons in Eier verwandeln. Uh. Ah, Wasser. Gut. Und, ach, ne, ne. Weg mit euch, weg mit euch. Geht sterben. Geht alles sterben. Ich hasse euch. Scheiß Fische. Uh. Da war ne Blume. Ja. Baffa. Hm. Bam. Und wartet mal. Ich glaube, wenn man hier sehr schnell ist, dann kann man, ja, den Stein aufhalten und dann ein Secret entdecken. Denke ich. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt. One up. Okay. Hier auch, glaube ich. Oh. Fuck. 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 Von hinten. Ja. Hm. Noch ein One up. Oh. Alle weg. Hier ist nix. Also durch den Ring. Immer. Den Yoshi in den Ring führen. Und, ne. Kein Minispiel. Scheiße. Scheiße. Das ist wirklich zu scheiße. Okay. Naja. 92 Punkte. Ich würde ja nicht 100% schaffen. Ich würde einfach nur durch das Spiel kommen. Und wir haben ungefähr noch eineinhalb Minuten. Können wir noch vielleicht ein Level ein bisschen machen. Lakitos Hinterhalt. Okay. Oh. Fett. Oh. Dicke Eier. Dicke Eier. Läppig. Was? Wenn man das alles anbäämmw verwandelt sich ein Sterne. Toll. der ist in der luft logisch mich logisch mich sie kräftig 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 Fuck, fuck, oh fuck. Wo ist er? Oh! Hä? Ach, leck mich, ey. Leck mich aber wirklich. Ne, dich fresse ich jetzt. Hä? Hä? Oh, fuck. Ich will hier nach oben. Ja. Wann ab. Wann ab, wann ab, wann ab. Ah, ah, ah. Bam. Er ist nicht erwartet, was? Ach, komm. Die hole ich mir. Ah, und die Zeit ist leider um. Tschüss, ciao.